Äh, ist das der kürzeste Lesemonat seit Ewigkeiten? Bevor ich jetzt auch noch den Lesemonat September über Wochen mitschleppe, jetzt bin ich ja fast up to date nach meiner Videopause, äh, reiche ich euch den Lesemonat September jetzt, züge ich auch noch hinterher und dann kommt der Lesemonat Oktober im ganz normalen Rhythmus. Es ist allerdings auch so, dass ich heute nicht so wahnsinnig viel zu erzählen habe. Ich habe zwar im September 15 Geschichten gelesen, aber es kamen so zwei Faktoren zusammen. Zum einen war da vieles dabei, was ich wirklich einfach nur so weggesmackt hatte und zum anderen habe ich relativ viel gereadet. Ich werde euch das nochmal in Erinnerung rufen, was ich da so toll fand, dass ich es im September nochmal gereadet habe, aber es sind halt keine neuen Titel für euch. Trotzdem hier jetzt der Lesemonat September mit den Büchern, bei denen ich Redebedarf habe. Im ersten Teil die, die es auch schon auf Deutsch gibt und im hinteren Teil des Videos dann die, die es bisher nur auf Englisch gibt. Und während ich euch erzähle, was ich gelesen habe, will ich wissen, was ihr im September gelesen habt. War das viel im Vergleich zu den Monaten vorher oder hattet ihr wie ich auch so einen kleinen Durchhänger und vor allem war da qualitativ was dabei, was erwähnenswert ist. Das interessiert mich total. Also, ich habe schon gesagt, 15 Geschichten, davon waren 8 Romances aller Schattierungen. Also von Romantic Suspense über spekulative Romances, klassische Liebesromane, alles dabei. Bei den 8 Romances. 5 Bücher aus dem spekulativen Bereich, also vor allen Dingen Urban Fantasy. Da dürfte es bei euch jetzt schon klingeln. Einen Spannungsroman und einen Roman. Durchschnittlich hatten die Bücher, die ich gelesen habe, 250 Seiten und ich habe 3,6 Sterne pro Buch vergeben im Durchschnitt. Ja, das spiegelt ungefähr so, wie es mir ergangen ist. Es war einfach viel Durchschnittliches dabei, was völlig in Ordnung ist, weil der September einfach ansonsten sehr gefüllt war. Aber es war auch ein Jahreshighlight aus dem Romance-Bereich dabei, das schon als Übersetzung angekündigt wurde für den Dezember. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Starten wir mal mit Echo der Gewalt von Yasmin Angur. Ich habe 4 Sterne vergeben. Ich habe es auf Englisch gehört. Und zwar war das auch bei Kindle Unlimited verfügbar. Aber der erste Band dieser Trilogie ist eben auch schon ins Deutsche übersetzt worden und hieß da Echo der Gewalt. Das ist schon ein Projekt, was mich sehr fasziniert hat und auch schon länger auf meiner Wunschliste stand. Weil sowohl die Autorin ghanaischer Herkunft ist, als auch ihre Protagonistin und noch dazu die Hörbugsprecherin auch. Es ist der Auftakt einer Trilogie rund um eine ghanaische Frau, die als junges Mädchen aus ihrem Heimatdorf extrem gewaltsam entführt wurde. Und seither so einiges durchleben musste und sich dann aber irgendwann zu einer Elite-Attentäterin gemausert hat. Sie bekommt dann den Auftrag, in Miami einen Bundesstaatsanwalt zu töten. Zögert allerdings in letzter Sekunde, weil sie in dessen Nähe einen Mann entdeckt und den auch wiedererkennt. Und zwar ist das einer von den Männern, die damals für den Untergang ihres Dorfes verantwortlich war. Und den tötet sie jetzt stattdessen. Aber der war ja nicht alleine. Und das heißt, ihr bietet sich jetzt eine perfekte Gelegenheit für Rache. Das ist allerdings nicht so einfach, denn sie hat auch sehr mächtige Auftraggeber. Zunächst mal die Warnung und vor allen Dingen auch die Einordnung. Diese Geschichte ist wirklich sehr brutal. Es gibt immer wieder Flashbacks zu dem, was Nina in der Vergangenheit passiert ist. Und auch das, was sie heute beruflich macht. Und beides ist von Gewalt geprägt. Vor allen Dingen ihre Vergangenheit auch von extremer sexualisierter Gewalt, die einem echt teilweise den Magen umdreht. Und gleichzeitig auch total gut erklärt, wer Nina ist und wie sie zu der Person geworden ist, die sie heute ist. Und dass sie gleichzeitig aber auch immer wieder versucht, diese Person von heute auch so langsam hinter sich zu lassen. Das ist eine tolle Entwicklung und die ist vielversprechend auch noch für Band 2 und 3. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Es geht viel auch um Mächteverhältnisse auf der einen Seite und jetzt wirklich in Anführungszeichen Entwicklungsländern und auf der anderen Seite Industrienationen, dass zum Teil selbst mit viel Geld dieses Ungleichgewicht gar nicht mehr zu beseitigen ist. Der Rachefeldzug ist auf jeden Fall total packend erzählt und zum Teil inklusive Katz-und-Maus-Spiel, was mich total gefesselt hat. Es gibt einen Faktor, der mir nicht hundertprozentig gefallen hat und zwar nähert sich Nina diesem Bundesstaatsanwalt an. Der ist alleinerziehender Vater, hat auch eine Tochter. Es wird relativ schnell klar, das ist jetzt kein Spoiler. Und diese Annäherung, die geht ein bisschen schnell, obwohl Nina ja ganz schön ein Gepäck mit sich bringt. Das hätte für mich gerne noch ein bisschen länger dauern können, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja noch zwei Bände folgen. Aber vier Sterne, es hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Vier Sterne sind in meiner Bewertungsskala ja wirklich sehr gut. Ich kann vor allen Dingen jetzt das englische Hörbuch empfehlen und wenn ihr nicht auf Englisch hören oder lesen wollt, könnt ihr zur deutschen Übersetzung greifen. Zwei Jahreshighlights waren übrigens dabei, sehe ich jetzt, wenn ich auf meinen Zettel gucke. Vielleicht zuerst das, was aus dem Romance-Bereich kommt und für den Dezember jetzt auch schon als Übersetzung angekündigt wurde. Notiert es euch auf jeden Fall. Ich fand es großartig. Ich habe 4,5 Sterne vergeben, ist trotzdem ein Jahreshighlight für mich. Es fehlte noch ein letztes Fünkchen, was ich auch nicht so ganz beschreiben kann. Vielleicht vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Liebesromanen, denen ich fünf Sterne gegeben habe. Aber eine also wirklich vehemente Empfehlung. Ja, vielleicht mal den Titel You with a View von Jessica Joyce bringt auch ein paar Dinge mit. Vor allen Dingen so die Ausgangslage, die eventuell gar nicht so richtig meinen Geschmack treffen könnte. Es geht nämlich hier um Noelle, die arbeitssuchend ist, in der Zeit bei ihren Eltern lebt, gleichzeitig auch noch den Tod ihrer Großmutter überwinden muss. Und vor allen Dingen erstmal wirklich betrauern muss. Und in den Dingen, die ihre Großmutter hinterlassen hat, findet sie alte Briefe. Und mit diesen Briefen geht sie auf TikTok und stellt die zusammen. Und da sind auch Fotos dabei. Und das geht viral. Und sie kriegt den Hinweis, dass die Person von damals, also die große Liebe der Großmutter, die aber dann nicht der Ehemann wurde, noch lebt. Wer sich allerdings dann stellvertretend für diesen Mann meldet, ist Theo. Das ist Noelles Erzfeind aus Schultagen. Gemeinsam mit Theo und seinem Großvater macht Noelle sich auf einen verrückten Roadtrip, bei dem so einige Geheimnisse gelüftet werden. Das Buch hat außer diese TikTok-Ausgangslage. Ich hatte halt kurz das Gefühl, es ist vielleicht so in die Reality-TV-Richtung, weil sie dann auch den Roadtrip dokumentieren wollen. Und diese Social-Media-Aspekte sind selten nach meinem Geschmack. Die rücken aber total an den Rand. Also ja, der Ausgangspunkt ist natürlich, Noelle findet über TikTok Theo und seinen Großvater. Und zum Teil dokumentiert sie dann auch die Reise, aber wirklich nur ganz am Rande. Und die Beziehungen und Konstellationen sind viel, viel mehr im Fokus als jetzt dieses Social-Media-Element. Ja, und ansonsten hat es wirklich alles, was ich will. Am Anfang gibt es leichte Animositäten, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Das Buch ist nur aus Noelles Perspektive geschrieben. Das heißt, man muss für Theo so zwischen den Zeilen lesen. Es ist eine total schöne Annäherung auch mit dem Großvater, weil Noelle natürlich jetzt schon damit befasst ist, den Tod ihrer Großmutter, der sie sehr nahe stand, zu betrauern und dann auch hinter sich zu lassen. Also auch wieder so ins Leben zurückzukehren. Und da ist dieser Mann von früher, der im Leben der Großmutter mal eine total wichtige Rolle gespielt hat, ein super wichtiges Element. Und gleichzeitig auch wie so ein Ersatzoper, den Noelle dringend nötig hat. Das Maß an Flashbacks ist total gut. Also das wird anhand von Briefen erzählt. Und das nimmt nicht so einen großen Raum ein. Also die Geschichte ist nicht 50-50 aufgeteilt. Heute, wo der Roadtrip stattfindet und dann die Vergangenheit der beiden Großeltern. Aber man kriegt trotzdem genug von damals miterzählt. Tja, und Theos Hingabe ist für mich beim Lesen schon viel früher rauslesbar gewesen, als Noelle das checkt. Und das liebe ich ja. 4,5 Sterne für You with a View von Jessica Joyce. Ich habe mir ja Anfang des Jahres eine Liste mit 23 Titeln für das gesamte Jahr gemacht. Und da waren vor allen Dingen Bücher drauf, zu denen ich vermutlich mit Nachdruck erstmal nicht gegriffen hätte. Also vor allen Dingen Bücher, die mich zwar interessieren, die mich aber auch so ein bisschen einschüchtern. Und zu denen zählte auch von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker. Gott sei Dank habe ich das auf meine Liste gesetzt, weil das 5 Sterne für mich waren. Und ich hatte es zuletzt mehrfach auch noch bei Anja von den Bookfriends gesehen. Das wundert mich überhaupt nicht. Ich verstehe total, warum das Buch gerade Anja so gut gefallen hat. Allerdings glaube ich, dass das Buch eine gewisse Erwartungshaltung braucht, die für mich vorab nicht so ganz klar war. Denn ich würde das Buch eher als Roman mit einer Prise Thrill bezeichnen. Und ich finde, so wie es daherkommt, auch optisch und dann wie der Klappentext klingt und dann auch wie über dieses Buch gesprochen wird, scheint es immer viel stärker in die Thriller-Ecke gestellt zu werden, als ich das beim Lesen empfunden habe. Setting ist die kalifornische Kleinstadt Cape Haven, wo die 13-jährige Duchess nahezu im Alleingang ihren kleinen Bruder großziehen muss und sich gleichzeitig auch noch um ihre instabile Mutter kümmern muss. Die hat nämlich nie überwunden, dass ihre kleine Schwester vor 30 Jahren getötet wurde. Der verurteilte Mörder wird nun aus dem Gefängnis entlassen und das bringt die ganze Familie von Duchess völlig ins Wanken, weil sich jetzt auch die Vergangenheit nicht länger vertuschen lässt. Oh Mann, das ist eine tragische Geschichte. Also ich finde, Tragik trifft es am besten, weil das ist ein Ensemblebuch, also es wird aus vielen verschiedenen Perspektiven erzählt und ich hatte das Gefühl, alle Figuren, die erzählen, sind Gefangene ihrer Lebensumstände. Zum Teil befreien sie sich dann nach und nach daraus, aber sie haben es so schwer. Und die, also die gehen praktisch mit, mit so einem Rückstand ins Rennen. Also alle laufen vorne weg und dann dürfen die erst starten. Und das betrifft sowohl Duchess als auch den Sheriff, aus dessen Perspektive erzählt wird. Duchesses Mutter, ihr Bruder, ihr Großvater, der Mann, der aus dem Gefängnis entlassen wird. Außerdem gibt es noch einen dubiosen Kriminellen, der immer wieder ja auch mit Duchesses Mutter anbandelt. Und diese Figuren sind alle so gefangen in ihren Umständen, die wirklich brutal tragisch sind. Insgesamt ist das Ensemble total stark mit sehr, sehr unterschiedlichen Figuren. Der Sheriff und Duchess sind so die Haupterzählperspektiven, aber die Erzählperspektive springt auch immer mal in andere Nebenfiguren. Und was halt wirklich auch so die Geschichte wie so ein roter Faden durchzieht, ist das Gefühl beim Lesen, das Unglück lässt sich nicht aufweiten. Also egal, was die Figuren tun, es steuert aufs Unglück zu. Und das war so intensiv beim Lesen, sowohl wie es sich dann auflöst, als auch natürlich der Weg dorthin. Ha, ja, also ich verstehe total, warum Anja das großartig fand. Mir ging es genauso. Ich habe wirklich fünf Sterne vergeben für ein Buch, was so leicht gar nicht in irgendein Genre einzuordnen ist. Und die Bücher haben es bei mir häufig eher schwer, auf fünf Sterne zu kommen. So, jetzt erzähle ich euch noch kurz von dem Reread, den ich im September genossen habe und der sich mit Sicherheit jetzt auch noch eine Weile ziehen wird. Ich habe wieder zu den Büchern aus der Kate Daniels Reihe von Ilona Andrews gegriffen. Ich werde nicht müde, euch die zu empfehlen, bis wirklich, also alle, die nur annähernd in die Urban Fantasy Richtung lesen wollen, das getan haben. Also Stadt der Finsternis ist ja der deutsche Reihentitel. Und ich verstehe es, warum nicht so viele dazu greifen. Weil die Cover so altbacken aussehen. Sowohl auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Und schade, weil hinter diesen Covern verbirgt sich, ich würde fast sagen, mittlerweile meine Lieblings-Fantasy-Reihe. Hänge ich mich damit jetzt aus dem Fenster? Nein, nein, es trifft tatsächlich mein Urteil. Und auch beim Rereaden jetzt ist es immer noch so stark, beziehungsweise auf eine andere Art und Weise, weil ich die Figuren nun mittlerweile schon liebgewonnen habe und sie jetzt nach und nach nochmal neu kennenlerne. Und weil ich natürlich den übergreifenden Erzählbogen schon kenne und jetzt mir Dinge auffallen, die ich natürlich beim ersten Lesen gar nicht so gut benennen konnte. Vielleicht ganz grob zur Orientierung, worum es in der Reihe geht. Ich habe allerdings dazu auch schon mal einen Hörgenuss gedreht. Da hatte ich die Reihe noch nicht fertig, aber ich habe ja jetzt die Reihe auch nicht komplett gelesen. Von daher könnt ihr, wenn euch das im Detail ein bisschen mehr interessiert, auch gerne meinen Hörgenuss dazu anschauen. Es geht um eine postapokalyptische Welt, die über viele Jahrhunderte eigentlich unsere Welt war, also mit Technik und industriellem Fortschritt und so weiter, Großstädten in den USA. Und dann ist das Pendel zurückgeschwungen und es gibt wieder Magie und diese Magie steht in Konkurrenz mit Technik. Und dann schwingt es immer wieder so hin und her, es gibt noch ein bisschen Technik, die ist aber aufgrund dieser magischen Ausbrüche nicht besonders zuverlässig. Und in diesem Setting, wirklich eine relativ zerstörte Welt mit magischen Komponenten, treffen wir auf Kate Daniels, die Protagonistin, die aus guten familiären Gründen sich bis zu dem Zeitpunkt relativ versteckt gehalten hat und immer wieder so Aufträge als im Grunde Monsterjägerin angenommen hat. In Atlanta, wo sie lebt, sammelt sie jedoch trotzdem nach und nach immer mehr Macht und ebenso mächtige Verbündete, unter anderem den Herren der Gestaltwandler. Und was jetzt den Reread für mich nochmal besonders macht, ist, dass ich zu einer besonderen Hörbuchfassung gegriffen habe. Die ersten drei Wände auf Englisch sind als Dramatized Audiobooks erschienen, neu. Und ich würde mal sagen, das ist so ein Mischding zwischen Hörbuch und Hörspiel. Es ist nicht ganz so stark inszeniert wie ein Hörspiel, aber es gibt auch mehr SprecherInnen als in einem klassischen Hörbuch. Und es gibt auch ein bisschen Musik und ein paar Geräusche. Also ja, Mischding zwischen Hörspiel und Hörbuch trifft es, glaube ich, am besten. Und das ist wirklich beim Hören, als wäre das ein Spielfilm. Es ist nicht wirklich gekürzt, also die Geschichte wird trotzdem in ganzer Länge erzählt. An manchen Stellen ist es etwas kürzer, weil natürlich diese Dramatized Audiobook Version nicht sagt, sagte er, sagte sie, flüsterte er, sprach sie, so. Solche Dinge lässt das natürlich weg, weil mehrere Sprecher das deutlich machen. Ich habe Band 1, 2 und 3 nochmal gere-readet. Außerdem eine Kurzgeschichte, die vor der Reihe spielt, also praktisch einen Auftakt darstellt. Und dann Band 3,5, das ist ein Zwischenband, der aus der Perspektive von Kates bester Freundin Andrea erzählt wird. Und jetzt sind halt nicht weitere Dramatized Audiobooks schon erschienen. Und jetzt muss ich überlegen, lese ich selber weiter oder warte ich auf die Audiobuchfassung? Ich bin mir eigentlich schon sicher, dass ich nicht warte, bis neue Dramatized Audiobooks erscheinen, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ich so toll an der Reihe finde, erzähle ich ausführlich in dem Hörgenuss. Lasst euch das nochmal schmackhaft machen von mir. Klickt auf den Hörgenuss und hört mir beim Schwärmen zu, vielleicht habe ich die Chance, euch anzustecken. So, und dann sind wir auch schon fast ganz am Ende, denn ich habe nur zwei englische Titel, bei denen ich Redebedarf habe. Ein blödes, also wirklich eine echte Enttäuschung und eine echte Empfehlung. Fangen wir mal mit der Enttäuschung an. Dann hat das Video am Ende nämlich eine positive Note. Ich war so enttäuscht von Mariana Zapatas' When Gracie Met The Grump. Das ist ihr Buch, was vor ungefähr einem Jahr erschienen ist. Sie hat sich da erstmalig ins Genre Supernatural Romance gewagt. Achso, die zwei Bücher, die jetzt kommen, sind übrigens nur auf Englisch verfügbar. Habe ich das jetzt vorhin gesagt oder nicht? Wie auch immer. Dieses Buch ist auch in Kindle Unlimited enthalten, aber ich kann es nicht wirklich empfehlen. Ich habe ehrlich gesagt sogar fast ein ganzes Jahr daran gelesen. Ich habe das Buch nämlich, als es frisch erschienen ist im September letzten Jahres, relativ zügig angefangen und dann so 25 Prozent gelesen und dann ungefähr ein Jahr gewartet, bis ich weitergelesen habe. Ich habe dann zum Teil die 25 Prozent auch nochmal quer gelesen. Also ich habe nicht, ab 25 Prozent bin ich nicht wieder neu eingestiegen. Ja, aber mit einer langen Unterbrechung und ich glaube auch, die Stelle, an der ich unterbrochen habe, war prädestiniert dafür zu unterbrechen. Aber der Rest der Geschichte war auch unterwältigend, wollte ich sagen. Nein, enttäuschend. Ich habe jetzt zwei Sterne vergeben. Protagonistin ist Gracie, die ja nun auch im Titel vorkommt. Und sie lebt ihr Leben relativ zurückgezogen und versteckt sich aus gutem Grund. Sie ist bei ihren Großeltern groß geworden, die aber mittlerweile verstorben sind. Und dieses versteckte Dasein hat ein jähes Ende, als in ihrem Vorgarten ein halbnackter Superheld landet. Der ist verletzt. Und zwar so stark verletzt, dass Gracie nicht anders kann, als ihn zu pflegen. Diese Entscheidung wird allerdings ihr komplettes Leben auf den Kopf stellen, nicht zuletzt, als die beiden dann von der Mafia entführt werden. Also ja, Genre-Mix auf jeden Fall. Es soll auf der einen Seite der typische Mariana Zapata-Slowburn sein. Auf der anderen Seite ist es übernatürlich, denn in dieser Welt gibt es einige Superhelden. Wirklich so nach dem Vorbild Avengers, die medial auch total ausgeschlachtet werden. Immer wieder verhindern die Unglücke oder helfen Menschen, die in Unglücke verwickelt waren. Aber halt natürlich auch medienwirksam werden die inszeniert. Und dieser Typ landet nun, oder einer der Typen landet nun bei Gracie im Garten. Übernatürlich. Und dann halt auch noch Spannungselemente, weil die Mafia dazukommt. Und die hat ehrlich gesagt nicht viel mit dem Superhelden zu tun, sondern eher mit Gracies Vorgeschichte. Das Buch ist nahezu plottlos, obwohl es diese drei wirklich prägenden Elemente haben könnte. Ungefähr auf den ersten 100 Seiten findet kein Dialog statt zwischen den beiden. Er ist komatös. Er landet bei ihrem Vorgarten. Sie rettet ihn und pflegt ihn dann. Und wir befinden uns die ganze Zeit nur in ihrem Kopf. Es ist kein Kontakt, kein Dialog, was auch immer. Und das war ungefähr auch der Punkt, an dem ich dann abgebrochen habe. Als er so langsam anfängt zu kommunizieren, habe ich gedacht, okay, ich unterbreche mal. Dann kommt ein bisschen Action. Ich würde mal sagen, so bis zur Hälfte des Buchs, also das zweite Viertel und dann wieder nichts. Absolut nichts. Die Gespräche drehen sich im Kreis. Also es geht die ganze Zeit darum, wer wem was schuldet. Also der Superheld sagt, ich schulde dir alles, weil du mich gepflegt hast, obwohl das für dich gefährlich war. Sie sagt, ja, aber ich schulde dir alles, weil du mich danach gerettet hast. Und ich will aber nicht, dass du mich nur nett behandelst, weil du mir was schuldest. Und also diese Gespräche finden ungefähr sechsmal statt und es findet auch parallel keine Entwicklung statt. Ich fand diese Backstory, warum es Superheldenkräfte in dieser Welt gibt, auch irgendwie ein bisschen dämlich. Die letzten 15 Prozent waren dann komplett Mariana Zapata-Style. Und ich hatte irgendwie, mich hat es fast noch wütender gemacht, weil ich dachte, wenn der Rest des Buchs genauso wie die letzten 15 Prozent gewesen wäre, dann wäre das ein Fünf-Sterne-Buch gewesen. Nein, das war jetzt unlogisch. Wenn die ersten 85 Prozent genauso gewesen wären, wie die letzten 15, dann wäre es für mich ein Fünf-Sterne-Kandidat gewesen. Ja, Pustekuchen war nix. Ich habe nur zwei Sterne vergeben. Und ein neues Buch von der Autorin ist bisher auch noch nicht angekündigt. Vielleicht muss ich mich einfach künftig und auch weiterhin an ihre Backlist halten, wo ich weiß, dass da Favoriten sowieso schon schlummern. Und zum Schluss die Empfehlung einer Zuschauerin, über die ich mich sehr gefreut habe und zu der ich dann relativ spontan gegriffen habe, weil der Kommentar mich so überzeugt hat. Out on a Limb von Hannah Bonham Young. Ich habe vier Sterne vergeben. Da war es ein bisschen andersrum. Das erste Viertel fängt extrem stark an, also wirklich mindestens fünf Sterne. Und dann flachte es ein bisschen ab, ist aber immer noch komplett empfehlenswert und eine so, so schöne Liebesgeschichte. Die Protagonistin ist Winifred McNulty, ein so genialer Name, aber sie will immer nur Win genannt werden. Und sie lebt ihr Leben möglichst unabhängig und versucht sich selber auch immer wieder davon zu überzeugen, dass sie trotz ihrer körperlichen Einschränkung ein unabhängiges Leben führen kann. Sie ist nämlich mit einer Handfehlbildung geboren worden. Auf einer Halloween-Party trifft sie dann den charmanten Piraten Bo und die verbringen auch eine Nacht zusammen. Und diese Nacht hat Folgen. Win ist nämlich unerwartet schwanger. Bo sagt zwar, er will Verantwortung übernehmen. Win ist sich aber trotzdem nicht so richtig sicher, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Schließlich entscheiden die beiden zusammen, dass sie sogar zusammen leben wollen für das Baby und sich währenddessen besser kennenlernen wollen. Und auch wie das Leben so spielt, ist das alles nur ein Plan und das Geschehen verläuft ganz anders. Ich mag das ja, wenn sehr gut deutlich wird, warum ein Paar zueinander findet. Also warum die beiden so gut zusammenpassen. Und das ist hier wirklich so gut umgesetzt. Die beiden haben eine körperliche Einschränkung gemeinsam. Bo hat eine Beinprothese, während Wins Hand eingeschränkt ist. Und damit gehen die um. Teilweise mit Humor, teilweise aber natürlich auch mit Ernst. und haben sofort irgendwie ja eine gemeinsame Grundlage. Das ist das eine. Und zum anderen sind beide relativ albern. Also was so Wortwitz angeht und Schlagabtausch und manchmal einfach so ein bisschen rumblödeln, da stimmt Bo sofort mit ein. Und Win kennt das bisher nur von ihrer besten Freundin und ist im ersten Moment überrascht, dass Bo da einfach so mitzieht. Und dann ist es aber einfach total schön, die beiden so zusammen zu sehen. Ich mag den Nebencast total gerne. Auf der einen Seite Wins beste Freundin und ihr Mann, aber dann auch Bows nerdiger Freundeskreis total schön miterzählt. Die Geschichte hat ansonsten überhaupt kein Drama. Was auf der einen Seite natürlich total gut ist, weil ich das überhaupt nicht mag, wenn dann irgendwie die Schwangerschaft in Gefahr ist oder es zu einem blöden Streit kommt oder so. Das macht die Geschichte zum Glück nicht. Gleichzeitig sorgt es aber auch dafür, dass der Rest der Geschichte, ich würde mal sagen, das zweite Drittel und das dritte Drittel, relativ gleichförmig von der Spannung her sind. Jetzt Spannung nicht im Sinne von Thriller, sondern normalerweise muss sich ja eine Geschichte auf einen Höhepunkt zu bewegen und dann spitzt es sich zu. Und in Romances ist es meistens irgendwie so, dass sie sich dann an dem Zeitpunkt kriegen, dass dann das Happy End eingeleitet wird. Und das war hier einfach nicht aufsteigend und dann absteigend, sondern relativ gleichförmig. Da muss man sich drauf einstellen, ich mag es lieber, wenn es zum Ende hin ein bisschen an Tempo zunimmt und dann zu einem Happy End kommt. Die Schwangerschaft an sich spielt natürlich schon eine Rolle, aber jetzt nicht super im Fokus, was insgesamt ist der Umgang der beiden total erwachsen miteinander. Erstens, wie sie beide über die Schwangerschaft sprechen und wie sie sich arrangieren wollen, dann aber auch im weiteren Verlauf, wie sie sich kennenlernen und dann auch so ihre Schwächen nach und nach zeigen und sich damit natürlich total verletzlich machen, aber damit auch den Nährboden für Romantik bereiten. Och, superschön. Vielleicht bin ich doch bei 4,5 Sternen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke und mit euch über dieses Buch schwärme. Und das war's jetzt. Ja, wirklich ein kurzer und knackiger Lesemonat. Gar nicht so viele Titel, die ich mit euch zu besprechen hatte. Ich wollte mir das aber nicht nehmen lassen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss.